Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag und das mit einer, ja was soll ich sagen Ja, also ich hab eine etwas schlechtere Nachricht Nach Damage schon Schließe ich leider das Projekt Da ich Oh, eher gesagt Da das Spiel mich nicht allzu sehr angefixt hat Wie ich am Anfang dachte, wo ich angefangen habe Nur, ja Es ist halt doch anders gekommen Ich wusste halt jetzt nicht, wie geil das Spiel ist Wie geil ich es finde, eher gesagt Weil viele finden es auch sehr geil Manche sagen auch so, ja Wirklich anficken tut es mich nicht Deswegen mache ich die Mission auf jeden Fall zu Ende, damit ihr das seht Das will ich jetzt nicht vorenthalten Nur nach der Mission Beende ich dann komplett das Projekt und Hoffe, dass dann am 28. Februar Sieb besser wird Weil das hab ich mir vorbestellt Weil das auch sehr gut aussah Ja, jetzt Kommt wieder die Selbstironie Oh, wie man es nennen mag Jetzt füge ich einfach einen Schlaffall raus Und schick den Schlaf LOL, fuck you Okay Verpissen Rennen, 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 rennen Endwort Alarmverstärkung ist auf dem Weg Fuck Hierhin Sabotieren, sabotieren, sabotieren Okay, das konnte man ja nur Stirben Na gut Das war der Gegner, der nicht sich durch Konter Ficken lässt Mama, bitte Ich weich aus Mach ihn fertig Ebenfalls Komm, werf hier in die Masse rein Sehr schön, mein Freund Zack, und weg mit dir Nein, fuck Da hat er einen Angriff gestartet Jetzt hab ich dich Mensch, ich schuld, Mensch, ich schuld Okay, kann ich vergessen Und stirbst du Sabotieren, sabotieren Ach, komm Nicht Leiche aufheben Weg mit dem Ding Sabotieren Anonym werden Alter Kollege, du gehst jetzt schlafen Doch wird er sehen So, zweite Glocke Nehm ich die Knarre Mama, ich komm an Zack Mensch, ich schuld, Mensch, ich schuld Bam Weg mit dem Weg mit dem Dreck Das ist doch ein bisschen weg Komm Ab dich Und ich mach jetzt fertig Und dich knall ich da oben jetzt ab Auf Wäldersee Leid nach Und tschüss Und jetzt noch sabotieren Und dann hab ich's Geschafft Jameskill treffen Alles klar, treffen wir Sie Mal Das extra betonen Okay, das sind Tiere, die ich nicht töten darf Ich bin angeschossen Ich brauche Hilfe Gott, Thompson, sie nachher Sie ist verletzt Und zwar schlimm Ich bin hilflos Und gut Und schwach Dann nimm meinen Arm Gott, segne euch Das ist fies Das ist echt fies Verarscht Ah gut, ist ja nicht unerdeckt bleiben Eigentlich wollte ich die beiden gleichzeitig ficken Ja Und tschüss Komm, 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 komm Hier bin ich Und tschüss Komm Komm Tritt drauf Stech rein Tönen Mach ihn auch platt, mach ihn auch platt Komm, 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 komm Sehr schön Danke, dass du noch mit dem Feld bist So Gut Die Mannschaft der Adler biegt da nicht Ja Also ein weiterer Grund, warum ich bände Ist auch noch wegen Mass Effect Weil Das Spiel einfach Einiges awesomer ist Und Ich mich dann darauf auch konzentrieren will Und dann halt Wir machen sonst noch Thief Schuss Schuss Gut Ich wollte ihn erst warten lassen Bis er Meint er Nach Komm Machen wir Faustkampf Hab ja gesagt Schwerterkampf Und tschüss Der Tier, ich war drauf Und tschüss Es kommt nicht darauf an, was du tust Sondern was du sagst Schade für dich Du bist der unartikulierteste Nuschler, den ich je traf Hey Mann Das ist Äh, nicht Nett Renn, 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 renn Und tschüss Wo ist denn euer sexy Lady hier? Okay, ich muss einfach nur erreichen Ja Schlau Und ich suche hier Mama, ich kletter nicht hoch Ach ja, komm Lutsch Mir meine Aja Nicht da hoch Da lang Geht die Leder hoch Leder hoch Und dann geht's zu Lawrence Prince Den wir hoffen Ein bisschen Fragen Waren 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 Kann Äh Und tschüss Hier ist einfach mal nichts Alter, das Game will mich trollen, oder? Ah, da leuchtet Licht Schön Schön von das Leuchten des Lichtes Ich muss Prince finden Wo ist der Schipacko? Da ist eine Truhe Die hole ich mir So Ich mache das einfach mal anders Dann stelle ich mich jetzt einfach mal hier hoch Setze da mal meinen Adlauge ein Synchronisiere ich kurz das Gebiet Zack Hab ich da irgendwas? Ja, find nix mehr raus Ach, Lutschimi doch Soll ich denn noch gucken? Ah, da hinten ist es noch Den sind noch zwei Turtel-Täubchen Die werde ich kurz mal Vernichten Ach, Mama Bitte komm Zack Und tschüss Und auf Wiedersehen Ja, Frau Dir tue ich nichts Du hast mir nichts getan Ich tue dir auch nichts Gemütlich Wahrscheinlich Wahrscheinlich Du bist über mir wie eine lüsterne Krähe Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht zu wenig Leid verursacht, Meister Prince Vergeltung schätze ich Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht Du missverstehst mein Motiv, alter Mann Ich bin nur auf das Geld aus So wie ich, Junge So wie ich Ah, da ist er tot Achtung, Kenway Ich hab deinen Mann Ich erkenne dich Der Templer aus Havanna Ich bin kein Templer, Mann Das war nur Täuschung Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prince Dann ist er ein erbärmlicher Master Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen Man kann doch wirklich keinem mehr trauen Robert! Ja Verstehe ich auch Und ich verpässe mich mal Auf Wiedersehen Da ist die Tür auf Ich möchte mit euch heute kein Freund Tänzchen tanzen In seiner von der Schapag aus Und tschüss Lauf Okay Schade, kann ich einen direkten Kill machen Hätte ich jetzt zu gern gemacht War einfach direkt ausgeschaltet Ja Da kommen auch nochmal Leute Und ich würde da doch niemals rauskommen Leck mich an Eier Hi Ich komm gleich Verpissen Komm, 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 komm Anheuern Was? Was? Vergnügt das So Jetzt kann ich Wieder hoch Kann der da ran Nein Kommt er nicht dran Da muss ich laufen Gut, ich denk mal Der wird da auch nicht hochlaufen können Aber Versuche sind wert Da wird er nichts machen Mit Achso, okay Wenn er da runterfällt Fällt es direkt komplett runter Sehr schön Nein, da Ähm, ja Kann man nicht irgendwie mal Berge klettern Ah, ich will nicht den Weg laufen Dann einmal laufen So Das macht man jetzt Zumständlich Mama, ich kletter da nicht Robber Hast ihn wieder verloren, was? Ei Robert ist ein Teufel Mit sehr fragwürdigen Umgangsformen Dann habe ich heute zwei Männer verloren Also Wie heißt du wirklich, Mädchen? Mary Reed Für meine Mom Und auch für meine Freundin Aber kein Wort zu irgendjemand Sonst entmanne ich dich auch Alles klar Mission beendet Erinnerung Gefällt mir Fortsetzen So Und dann danke ich Vielmals Fürs Zuschauen Bei den Folgen Und ich hoffe ihr schaltet Beim Mass Effect ein Und Ab dem 28. Februar 29. Februar Je nachdem Wie schnell das mit dem Aufnehmen geht Bei Siv Und ja Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.